So, ja, herzlich willkommen hier wieder zurück im Studio bei uns und wir haben was ganz, ganz weines für euch, nämlich das hier. Ja, das ist ein, ich packe es mal aus, aus dieser schönen Hülle. Das ist ein Mousepad und zwar, ja, von der Firma Razer und zwar ein World of Warplanes Mousepad. Ja, fühlt sich letztendlich an wie ein Gladiators Mousepad von der Firma Razer. Hier oben kann man das auch sehen, von Razer direkt. Ist ja sehr schön, ist jetzt im Vergleich zu einem hier C-Series Mousepad nicht so viel kleiner, also entspricht einer Größe M. Ja, sieht sehr, sehr geil aus und das gäbe es bei uns im Adventskalender zu gewinnen und zwar, what, zweimal! Ja, einfach dazu einmal den Post hier teilen, einmal auf Gefällt mir drücken und schon seid ihr dabei. Also, wenn ihr dieses Mousepad haben wollt, einmal sharen, einmal liken und ihr seid dabei. Ja, also mit der Zwischee. Also, wenn ihr seid, wenn ihr seid, dann sein. Ja, ich möchte wieder... ...röchee...